Demo vs. Senior Pastor Deshalb geht meine Stimme an ihn. Der hat auch ziemlich viel Bass und eine tiefe Stimme, also muss man das auch machen, damit man hier gewinnt. Das ist aber nicht so, weil das zu dir überhaupt nicht passt. Außerdem hast du monotoner gelesen als Senior. Also das mit dem Bass, das wäre etwa so... Ich lese jetzt eine Creepypasta vor. Die zieht die Aufmerksamkeit eher auf die Musik. Aber das ist halt nicht so viel Contra, wie es bei Demo der Fall war und deshalb gebe ich meinen Punkt an Senior Pastor. Ich mache es mal ganz kurz. Mit beiden hatte ich Probleme. Demo hat, wie viele Kommentare sagten, seine Stimme künstlich zu tief gestellt. Ich fand, er hat ziemlich wenig betont und auch zu langsam gesprochen. Senior klangte etwas lebhafter und hat mehr betont und ein besseres Tempo gehabt. Aber auch da waren manche Betonungen etwas seltsam. Beide hatten gute, wenn auch schon viel benutzte Musik verwendet. Insgesamt geht mein Punkt also an Senior Pastor. Also, ich versuche mich diesmal kurz zu fassen. Demo, ich kann mir zwar vorstellen, dass du mal was Neues ausprobieren wolltest, aber bitte, mach das in der Art nie wieder. Das klang für mich eher nach einem kaputten Grammophon als nach einer gut vorgelesenen Pasta. Die düstere Stimme wirkt viel zu aufgesetzt und das klingt auch total kratzig. Das ist nicht schön. Nee. Senior Pastor fand ich ganz in Ordnung, aber auch nicht sonderlich berauschend. Die Pausensetzung und die Betonung hat mir teilweise nicht gefallen, aber ansonsten war es okay. Konnte man sich auf jeden Fall besser anhören als das von Demo. Dementsprechend geht meine Stimme auch an Senior. Übrigens Demo, nicht böse nehmen, ist nicht persönlich gemeint. Aber es klang nicht so gut. So, die Auswertung zwischen Senior Pastor und Demo. Zuallererst sei gesagt, dass meine Stimme an Senior Pastor geht. Einfach weil ich glaube, dass die Version von Demo, also was immer er auch da ausprobiert hat, oder versucht hat, oder weiß nicht was gemacht hat, mit seiner Stimme, die so tiefer zu stellen. Das hatte wirklich einen extrem gegenteiligen Effekt, so hat es auch klingen mag. Das hat man auch wirklich in den Kommentaren gesehen, dass es, ja, es hatte den Zuhörer eher eingeschläfert. Also mich auch. Es wurde auch oft genug gesagt, von dem her glaube ich, dass es auch klar ist. Zur Musik kann man relativ wenig sagen, es war ziemlich gut. Die Lautstärke war auch gut, die Tonqualität an sich war auch gut generell. Aber ja, eben die Stimme, das hätte man anders machen können. Zu Senior Pastor, muss ich sagen, war relativ solide Leistung. Die Musik war vielleicht ein bisschen zu laut und ein paar kleinere Sprachfehler waren dabei. Kleine Worte falsch ausgesprochen, aber ansonsten war es eine akzeptable Leistung. Von dem her geht meine Stimme an ihn. Demo vs. Senior. Ja, also erstmal Senior, an dich ein Lob, denn du hast dich auf jeden Fall verbessert seit dem letzten Battle. Das hat mich sehr froh gestimmt. Der Punkt ist, du kannst dich natürlich noch weiter verbessern, aber sehr schöne Entwicklung auf jeden Fall. Zu Demo, du hast das ausprobiert und das ist nicht gut ausgegangen. Das sieht man an den User-Bewertungen und auch ich fand das jetzt nicht so großartig, muss ich zugeben. Ich will dir raten, Dark Shodan ist kein Versuchsplatz. Das habe ich selbst gemerkt und in der Regel verliert man dann einfach. Ja, sonstiges, also die Musik fand ich bei Demo viel, viel besser gewählt. Viel besser gewählt. Bei Senior fand ich die irgendwie seltsam. Ich fand, ja, ich fand einfach, dass der gute Demo da sehr viel besser gewählt hat. Und ich muss sagen, deswegen ist meine Stimme enthalten, denn ich fand bei Senior auch irgendwie war es nicht so gut abgemischt. Deswegen kriegt ihr beide von mir eine Enthaltung. Somit hat Demo also Keine und Senior Pasta fünf Jury-Stimmen erhalten. Die User haben einstimmig für Senior gestimmt, sodass er auch die vier User-Punkte bekommt. Der Gewinner dieses Battles ist also Senior Pasta mit neun Punkten. Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch!